In der Kirche hat der Weiße Sonntag seinen Namen von der Tradition, dass die, die an Ostern getauft wurden, ihre Taufkleider eine Woche lang trugen und diese am Oktavtag wieder ablegen. In den ausdeutenden Riten der Taufe heißt es zum Taufkleid, in deiner Taufe hast du, wie die Schrift sagt, Christus angezogen. Das weiße Gewand sei euch ein Zeichen für diese Würde. Bewahre sie eben die Würde für das ewige Leben. Da könnte man meinen, dass man sich die Würde irgendwo aufbewahrt, zur Seite stellt, in einen Schrank, gut geschützt an einem geheimen Ort. Gemeint ist aber, dass diese Würde die Grundlage bietet und bildet für unsere ganze christliche Existenz. Darin drückt sich der Zuspruch der Taufe aus. Dass ich, Mensch, von Gott erschaffen, gewollt, geliebt und erlöst bin. Mit der Würde der Gottes-Ebenbildlichkeit ausgestattet, darf ich mich verstehen als wertvoll, wichtig, von Gott gesehen, gehalten und geliebt. Dieser Zuspruch, der mich in Freiheit versetzt, ist zugleich Ruf in die Verantwortung. Mein Leben so zu gestalten, dass es dem guten Zusammenleben möglichst aller dient. Dabei kommt es nicht darauf an, welche äußere Kleidung wir tragen, ob weiß, grau oder schwarz oder bunt, sondern dass wir diesen Zuspruch Gottes, den wir Taufgnade nennen, in unserem Inneren annehmen und anerkennen und uns davon erfüllen lassen. Das heißt, in unserem Inneren diese Gottes-Ebenbildlichkeit weiter zu pflegen. Eine Form für diese Pflege ist die Feier der Heiligen Messe. Wenn ich in der Sakristei die Albe anziehe, das weiße Kleid, das an die Taufe erinnert, tue ich dies im Bewusstsein, dass wir in der Feier der Eucharistie uns immer wieder neu, noch tiefer als Getaufte erleben und miteinander verbinden. In dieser Zeit mit ihren ganz besonderen Herausforderungen wünsche ich ihnen aus der Kraft des Osterfestes den Mut, ihr Leben aus dieser Zusage der Taufe kraftvoll zu gestalten. Gott ist mit ihnen und unserer Welt.